Ich heisse Silvio Steinbacher, ich bin Teamleiter der Meteorologie der VDL-ETG Schweiz. VDL produziert Komponenten für die Vakuum-Technologie im Dünnschichtbereich. VDL-ETG Schweiz beschäftigt 150 Leute hier in Trübach. Die neueste Messmaschine ist Delta Slant. Sie ist unsere sechste Messmaschine von Hexagon. Wir können mit dieser grossen Messmaschine einen Messbereich von 4x4x4 Meter abdecken, die wir bei uns in der Fertigung produzieren können. Wir haben wieder eine Hexagon-Maschine beschafft, weil Messprogramme auf dieser Messmaschine kompatibel sind. Die ganze Planung der Messmaschinenanschaffung und Messraumplanung hat Hexagon als ein Gesamtpaket angeboten, was für uns sehr vorteilhaft war. Mit dem jetzigen Maschinenportfolio können wir Teile messen von 1mm bis 4m. Wir messen mit einer Präzision von grösser 5 µ. Messmaschinengenauigkeit hat die Spezifikation um Weites übertroffen. Auch Messraumtemperaturstabilität ist sehr genau. Seit 20 Jahren arbeiten wir erfolgreich mit PC-Demys. Unsere Messtechniker sind erfahrene PC-Demys-Krecks. In jüngster Zeit kam auch das QDOS dazu. Mit dem QDOS können wir dem Kunden umfassende Statistikdaten liefern. Unser Messtechnikenteam besteht aus 6 Leuten. Unter die neuste Anschaffung sind alle Mitarbeiter hochmotiviert. Nach der erfolgreichen Kooperation zwischen VDL und Hexagon in den letzten 20 Jahren bin ich überzeugt, dass die Zusammenarbeit auch mit weiteren geplanten Investitionen so weitergehen wird wie bei Sony. Die